Hallo, von meiner Terrasse befinde ich mich jetzt da. Auf meiner Terrasse und habe mich ein bisschen in die Sonne gelegt. Schöne Wolken abwechselnd, Sonne, Wolken, sehr angenehm. Und ein Wind weht, auch angenehm. Hier und da ein paar Streifen. Also hier schon ganz krass, auf jeden Fall schon wieder. Ich muss dazu sagen, hier ist noch eine Einflugschneise für auf dem Frankfurter Flughafen oder auf dem Hahn. Aber wie gesagt, da muss was dazu gemischt sein bei den Treibstoffen. Weil, nicht alle, aber manche, so wie dieser hier. Also es breitet sich schon auffällig aus. Und es ist schon, naja gut, da brauchen wir überhaupt keine Worte mehr zu verlieren. Jetzt wollte ich euch mal zeigen, die Aussicht. So ist es, wenn ich liege, wenn ich stehe, sehe ich noch mehr. Aber hier das Gebäude davor, das schützt mich ein bisschen. Das schützt mich ein bisschen vor dem Lärm von der Hauptstraße da unten. So, ich wollte nochmal Hallo sagen und euch einen angenehmen Tag wünschen. Okay, bis dann. Ciao.